Alarm, ich melde an alle ein, ein, ich habe heute den Nachbarn gehört, höre ihn schon wieder, er ist unter uns, ich melde Alarm, Alarm, Sass, ich sage System, Jonas. Ich, ich bin Nerdsplay und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Secret Neighbors zusammen mit Fatemi auch, dem Tanzwerk und meiner Wenigkeit, ja, auf geht's in die Runde, ich will den Poster, Sass, ich sage, es ist der Jonas, Tanzwerk Sass. Hilfe, nein, ich rennen mal am Controller. Mit dem rechten Stick nach vorne. Ja, aber ich meine, ich rennen. Hö, Hö, nech, 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 nech. Nein, nech, Hilfe. It's dangerous. Ja, am rechten Stick reindrücken, jetzt springen. nein linken und rechts im mode alter du gehst mir wohin bin ich nicht sass ihr seid sass wieder schauen und reingehauen damit der rentezweck sehr verbrechert hey wo ist mein ding da hinten lauf war die hälfte lass uns rennen ich habe eine münze ich habe den krieg ab nicht vermogen wir können drauf wir spielen übrigens mit voicestrad das ist ein feature von dem spiel da hört man nur wenn er in der nähe ist das macht das ganze noch guter liga und ja ich habe eine zweieckigkeit wir können drauf meint hin wo bist du ich bin ich verstecke mich gerade manchmal ein schrank auf also ich bin dort im mittelraum dort wo ganz viele schränke sind der raum bei mir geht das nicht mehr ich kann die tür nicht mehr aufmachen ich wollte gerade wieder raus gehen oder jonas ich komme nicht mehr raus aus dem schrank ich klatsch ich höre ernein dann hier bitte hallo ja die stimme wird lauter oder die sound und hera gekommen das ist so unfair ich kann nicht richtig mitspielen danke nein 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 yummy yummy lecker yummy yummy lecker oh neppi wo bist du kleiner süßer franz darf ich dich wegfottern würde ich mir nicht sehr gerne wegfottern zeig mal was marco holo marco holo oh mein was ja endlich verdammt ich habe gerade den schlüssel gefunden unge das war eine ewige runde ich weiß aber mein trick war uhrgut dass es mag dass ich die schranktür nicht drauf bekomme ich hatte geglaubt ein vertrauen ist gebraucht in secret neighbor darf man keinem trauen das ist die erste regel das lernt man schon wenn man das spiel startet muss da irgendwas regeln ja ich tue jetzt erstmal teen stummen das wärs ja jetzt eine rache für teen da bin ich aber mal gefangen ich bin es nicht ich vertschüsse mich jetzt ich snipe einen von euch beiden einer von euch wird diese runde nicht überleben denn ich werde jetzt ein speedrun machen ich bin nämlich ein speedruner mal ganz kurz oder ja noch nie gehört von mir el volp aus de grand speedruner natsberg bonjour madame steck rein ins schlüssel ich bin alleine overlohn der bau naval star naval hat sich verwandelt er rennt zu mir jonas es ist ein butcher er ist sehr langsam und braucht sehr lange hierher zu kommen es ist der butcher und ich weiß dass es der tanzfell ist An alle Einheiten, die mich gerade hören, ich melde einen Verdacht. Der andere ist jetzt neighbor. Ich höre gerade nach der Umrede. Sende von Volpi Schluss. So eine Fake-Float. Nee, bin ich noch immer beim Start? Dann war er das, aber wer jetzt runterkam? Echt? Nein, meine Knappe ist auch kack. Alarm, ich melde an alle Einheiten. Ich habe vorher den Nachbarn gehört. Höre ihn schon wieder, er ist unter uns. Ich melde Alarm, Alarm. Jonas, ich bin aber auch gut, dass er es. Ja. Ich habe aber, ey, ihr wart beide nicht in meiner Nähe. Aber einer war vorhin noch und der Letzte, den ich so wirklich als unter Verdacht habe, bist du? Nebi, sass. Wo habt ihr mal? Wow. Möscherle. Sophie. Hä? Jemand hat meine Karte wegnommen. Welche Karte? Eine 3-Key-Karte. Die habe ich da auf den Tisch gelegt, dass ich dabei runtergehen kann. Schlüssel reingeben. Ah! Es ist der Leader! Es ist der Leader! Alarm! Es ist der Leader! Es ist Nebi! Jonas, Alarm! Und es ist Nebi! Wir helfen! Maschallah, Jonas! Das hat's gut gemacht! Wuh! Junge! Let's go! Ich habe euch kein einziges Mal gesehen, bis auf am Anfang. Ja, wir waren die ganze Zeit oben. Ich kann mich nicht bewegen. So, das war's jetzt mit dieser Folge Secret Neighbor. Schaut auf alle Fälle bei Phantamia und Tanzware 2000 vorbei. Beide sind in der Videobeschreibung verlinkt. Äh, ich, äh, wir hoffen... Ich bin natürlich oben. Ja, ja. Alphabetisch geordnet, also bist du oben. Äh... Ich weiß nicht, ich habe gedacht, T ist vor elf. Dann bin ich raus. Team Ganzen. Lasst auf alle Fälle einen Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss! Sass!